Musik Rieke Larsen hat ihren eigenen Weg aufs Land gefunden. Gemeinsam mit ihrer Mutter führt sie ein Geschäft im Norden Seelands. Am schönsten wird es, wenn die ganze Familie zusammenkommt. Jen und Annas Brühl haben sich ein hohes Ziel gesetzt. Ihr alter Garten soll in historischer Pracht wiedererblühen. Ein Gärtner hilft dabei und viel handwerkliches Geschick. Dass ein Garten auf dem Land niemals fertig ist, wissen Conny und Paul Linnebjerg nur zu gut. Sie schmieden laufend neue Pläne für ihr Zuhause. Das früher einmal eine kleine Schule war. Auch Stieg Lauritzen und Greg Corbett sind Pflanzenliebhaber. Sie kultivieren ihre Schätze in Töpfen. Auf geschichtsträchtigem Gelände bauen die beiden eine alte Sammlung wieder auf. Die Insel Seeland im Osten Dänemarks. Eingerahmt vom nördlich gelegenen Kattegat und der Ostsee. Einsame Strandräuber zieht es hierher. Jetzt Mitte Juni, bevor die Gäste aus dem nahen Kopenhagen anreisen. Das maritime Klima macht Seeland fruchtbar und grün. Ein Regenschauer ist auch im Sommer keine Überraschung. Und doch gibt es sie. Echte Sommertage. Voller Wärme und skandinavischem Licht. Tiefe Wälder und grössere Seen sind allerdings die Ausnahme auf Seeland. Das Bild wird von der Landwirtschaft geprägt. Im Süden der Insel, eingebettet zwischen Gersten und Weizenfeldern, liegt der Hof Langebeck-Gor. Diesen Anblick können sie seit 17 Jahren genießen. Jeanne und Anders Brühl. Am Wochenende öffnen sie ihren Garten für Besucher. Und vorher gilt es, überall im Park von Langebeck-Gor noch einmal nach dem Rechten zu sehen. Ihr Garten stammt aus dem 19. Jahrhundert. Viele Pflanzungen wirken so, als hätte sich hier seitdem kaum etwas verändert. Doch das Gelände war vernachlässigt. Bis Jeanne und Anders den Garten zu neuem Leben erweckten. Wir versuchen, den viktorianischen Garten nachzuempfinden, den es an diesem Ort einmal gab. Der topmodern war, als das Haus gebaut wurde, aber der 50 Jahre lang verschwunden war. Wir erkennen ihn noch in den grossen Bäumen, dem Bach und so weiter, aber wir haben keinen Originalplan. Dies ist eine neue Interpretation der Idee eines viktorianischen Gartens. Mit ihrem Vorhaben sind Jeanne und Anders nicht auf sich allein gestellt. Hallo Jens! Hallo! Gärtner Jens Hansen arbeitet schon lange für Jeanne und Anders. Er versteht ihre Idee eines neuen alten Gartens und setzt auch kleine Veränderungen für sie um. Zum Beispiel eine Wegbefestigung für den offenen Garten. Ein naturnaher Pfad soll hier entstehen, der auch bei Regenwetter nicht rutschig wird. Die zu unterst liegende Sandschicht dient dabei als Drainage und unterdrückt den Unkrautwuchs. Das Häckselmaterial macht das Laufen angenehmer. Mit dem Stab sorgt Jens dafür, dass die Häckselschicht überall gleichmäßig dick gerät. Brandkraut, Sterndolden und Astilben sind die Arbeit wert. Schnell lässt sich so ein sicherer Pfad durch den Garten anlegen. Mit Hilfe dieser kleinen oder grösseren Veränderungen ist aus Langebeck-Gor wieder ein echtes Schmuckstück geworden. Auch die umliegenden Felder gehören zum Anwesen. Das Stroh vom Getreide, das im Herbst abgeerntet wird, nutzen die Brühls als Brennstoff für einen Ofen, mit dem sie ihr Zuhause heizen. Aber erst einmal ist Sommer und der wird ausgekostet. Der Küchengarten ist vor allem Jeans Terrain. Im Juni kommt sie oft hierher, um Früchte für Marmelade und Torten zu ernten. Ihre Rezepte hat sie genau im Kopf und schon bald werden die Besucher des offenen Gartens von den Süßigkeiten probieren können. Um zu besprechen, ob im Vorfeld des Besuchertages noch etwas bedacht werden muss, treffen sich Jeans und Anders mit seinem Vater, der ebenfalls auf Langebeck-Gor wohnt. Die Gestaltung des Gartens überlässt Nils Brühl gern der jüngeren Generation. Aber er genießt die Inspiration, mit der Jeans das Haus auch innen im Laufe der Jahre verschönert hat. Mit der Inneneinrichtung hat Jeans dem Haus viel Charakter verliehen. Auch wie das Gebäude von außen wirkt, ist für sie von Bedeutung. Bevor sie und Anders den Garten öffnen, kommt deshalb noch Leinölfarbe zum Einsatz. Eine sehr alte, traditionelle Farbe, die früher weit verbreitet war. Es ist sehr wichtig, dass man erkennt, welchen Stil und welche Architektur das Haus besitzt. Und solche Materialien wählt, die zum Stil passen, wenn man nicht am Ende die Stimmung und die Atmosphäre zerstören will, die das Haus hat. Dieser Fauxpas wird auf Langebeck-Gor nicht passieren. Hauptsache nur, alles trocknet, bevor die Gäste kommen. Geschwungene Geländeformationen bestimmen das Bild Südseelands. Fruchtbare Moränenhügel blieben hier nach der letzten Eiszeit zurück. 12.000 Jahre ist das her. Inmitten dieser Wogen aus Erde liegt heute eine ehemalige Landschule. Allerdings, so friedlich das Bild auch sein mag, eines ist hier nicht angesagt. Und zwar Faulenzen. Sobald die Vögel nicht mehr in der Hecke brüten, machen sich Conny und Paul Linnibjagd daran, sie zu schneiden. Für viele Gartenbesitzer ist das eine lästige Pflicht. Aber Conny ist nicht zu bremsen. Denn hier ist ihr grünes Reich, ihr Ort, um sich zu entfalten. An dem auch Unkräuter zu ihrem Recht kommen. Brennnesseln zum Beispiel, Giersch und andere Gartenbewohner. Es ist wichtig für Paul und mich, auf die Umwelt zu achten. Und deshalb gibt es einen Lebensraum für viele verschiedene Tiere dort unten. Igel und Mäuse und kleine Vögel. Wir haben auch schon mal eine Schlange dort gesehen. Wir müssen den Garten mit den Tieren teilen. Und das tun wir gern. Kein Wunder, dass Conny deshalb den Heckenschnitt besonders umweltgerecht kompostiert. Die Zweige werden nicht gehäckselt, sondern praktisch und ohne viel Aufwand gestapelt. Hier können sie langsam verrotten. Weil sie dabei zusammensacken, bleibt oben immer genügend Platz für neue Zweige. Eine Hecke zum Schutz gegen große Tiere und ein Unterschlupf für die Kleinen. Daneben spielen in Connys Garten vor allem sie eine Rolle. Rosen. Besonders die alten Sorten. Ihr betörender Duft, der durch den Garten weht, ist unwiderstehlich. Conny hat eine Begabung dafür, Rosen mit anderen Sommerblüten zu kombinieren, sodass sie auch im Haus eine romantische Stimmung verbreiten. Hier spürt man Connys zweite Leidenschaft. Das Einrichten mit schönen alten Dingen voller Geschichte. Viele ihrer Stücke stammen von Flohmärkten. Echte Glücksgriffe, die vergessen lassen, dass in diesen Räumen bis in die 60er Jahre hinein Kinder die Schulbank gedrückt haben. Und vielleicht schon voller Unruhe von der nächsten Pause träumten. Müßiggang ist allerdings nicht Connys Sache. Das wissen auch Paul und sein Sohn Thomas. Deshalb beeilen sie sich, das alte Waschhäuschen wieder herzurichten. Natürlich im Chebyschick mit alten Fenstern. Los nicht so modern. Ihre Wünsche erfüllt Paul seiner Conny gern. Wenn gleich noch nicht klar ist, ob auch noch ein neues Dach fällig wird. Fest steht, Haus und Garten sind auch für Paul Lebensinhalt. Das ist unser Altenteil. Hier bleiben wir so lange, bis wir überhaupt nicht mehr können. Ich werde dich schon auf Trab halten. Dass ihr das bislang gut gelungen ist, beweist der Blick auf zahlreiche Winkel des Gartens. Kaum zu glauben, dass hier nur eine Rasenfläche und ein paar Bäume wuchsen, als Conny und Paul den Garten vor 17 Jahren übernahmen. Überall erzählen Pflanzen auf ihre stille Weise mit wie viel Liebe hier schon ein- und ausgetopft wurde. Ich habe viele Ideen im Kopf und Paul glaubt vielleicht nicht, dass alles so schnell gehen muss. Aber ich muss vorankommen. Na ja, die Dinge brauchen eben ihre Zeit. Wir können ja nicht alles fertig bekommen. Das, was wir nicht schaffen, das schafft der Nächste, der dies hier kauft. Ich bin eine Frau und Paul ist ein Mann. Das ist der Unterschied. Ich mache das grobe. Ja, das stimmt. Und du hast die Ideen. Das ist gut so. Über ihr nächstes Projekt braucht Conny nicht lange nachzudenken. Ihr großes Beet vor dem Haus muss umgestaltet werden. Im großen Stil. Manche Pflanzen dürfen in der Erde bleiben, aber viele sollen ausgegraben und woanders wieder eingepflanzt werden. Vor allem das Unkraut muss weg, das hier überhand genommen hat. Paul schwant schon, was auf ihn zukommt. Doch natürlich wird er es anpacken. Vielleicht schon im Herbst. Denn Connys Märchengarten ist schließlich auch seiner. Wenn der Sommer seine kürzeste Nacht erreicht, feiern die Dänen Sengtens. Midsommer. Ihre Lieder werden im ganzen Land gesungen. In den Liedern geht es um die Liebe zu Dänemark. Und auch darum, wie schön es hier vor allem im Sommer ist. Dieser Stolz der Sänger auf ihr Land hält auch einer Betrachtung bei Tageslicht stand. Zum Beispiel auf Langebeck-Gor. Gärtner Jens ist in Aufbruchstimmung. Heute ist der Tag des offenen Gartens. Es gibt noch einiges zu tun. Auch Schönbrühl kontrolliert noch schnell, ob ihre Pavillonfenster wohl getrocknet sind. Und natürlich darf an einem richtigen Festtag auf Seeland auch sie nicht fehlen. Die dänische Flagge, der Dänepro. Wer sich so gründlich vorbereitet, wird gern besucht. Manche Gartengäste reisen weit an, um sich die Staudenbeete von Langebeck-Gor anzusehen. Und seine Pflanzenschönheiten zu entdecken. Nach dem Rundgang freuen sich manche Besucher auf eine kleine Pause. Nur gut, dass Jeanne aus den Schätzen ihres Obstgartens ein paar Kleinigkeiten gezaubert hat. Beste Gelegenheit, um sich mit anderen Gartenliebhabern auszutauschen. Wir genießen es sehr, weil wir selbst unseren Garten lieben und genießen, macht es uns viel Freude, ihn anderen Menschen zu zeigen. Das Gartenpublikum ist immer sehr freundlich. Und das macht es zu einem noch größeren Vergnügen. Und an diesem Tag spielt sogar das Wetter mit auf Langebeck-Gor. So kommen Düfte und Farben gebührend zur Geltung. Vielleicht ein wenig so, wie es auch vor mehr als 100 Jahren in diesem Garten der Fall war. Neben den Gärten sind auch manche Wälder auf Seeland Ziele für Naturliebhaber. Viele Eichen und Buchen wachsen hier. Sie geben die wilden Nachbarn ab für eine geordnetere Natur. Wie hier im Park von Gisselfeld Kloster, in der Mitte von Seeland. In Nordeuropa zählt er zu den schönsten Landschaftsparks im englischen Stil. Seinem Namen zum Trotz stand hier allerdings nie ein Kloster, sondern immer ein Schloss. Im Park zu leben und zu arbeiten ist eine große Inspirationsquelle für die Gartenarchitekten Greg Corbett und Steglar Ritzen. Im Haus des einstigen Hauptgärtners haben sie ihren Arbeitsplatz und ihr Zuhause gefunden. Ihre besondere Leidenschaft gilt den Kübelpflanzen. Hinter ihrem Haus, vor dem Kloster, liegt das Gebäude, für das ihr Herz schlägt, seit sie vor elf Jahren hierherzogen. Ein Gewächshaus aus dem 19. Jahrhundert. Als sie es übernahmen, war es baufällig. Seitdem ist viel Arbeit in die Renovierung geflossen. Das Paradehüset, das Glashaus also, sollte wieder zu dem werden, was seine Erbauer einst im Sinn hatten. Das Grafenpaar drüben vom Schloss liebte Blumen. Die beiden haben eine fantastische Sammlung aufgebaut, die im Gewächshaus stand. Und genau diese Sammlung versuchen wir auf eine neue Weise wieder zu errichten und das Haus wieder zum Blühen zu bringen. Das ist ihnen gelungen. Vor allem subtropische Pflanzen wachsen heute wieder hier. Fast alle stehen in Töpfen. Im Originalzustand gehörte diese Grotte zwar nicht zum Glashaus. Sie ist aber so reizvoll, dass Greg und Stig sie an ihrem Platz belassen haben. Noch in Betrieb ist die Kurbel, mit der die Dachfenster geöffnet werden. Ganz wie im 19. Jahrhundert. Zur Sammlung gehören heute viele Pelagonien-Arten und Sorten, also Geranien. Nicht alle von ihnen haben so prachtvolle Blüten, manche aber Blätter, die zum Beispiel nach Orangen duften. Hinter dem Gewächshaus haben Stig und Greg einen kleinen Garten angelegt. Regelmässig öffnen sie ihn für Besucher. Sie wollen zeigen, dass schöne Kombinationen von Farben und Formen nicht nur in grossen Gärten möglich sind. Auch bei wenig Platz kann man ihrer Meinung nach seiner Passion für Pflanzen frönen. Und Leidenschaft braucht ein Gärtner, findet Stig. Was ihn wundert, sind manche Planer, die zwar wichtige Entscheidungen über Gärten treffen, selbst aber gar keinen haben. Wenn man als Landschaftsarchitekt in seinem schicken Büro sitzt, hat man keine Verbindung zur Erde. Aber wenn man mit der Erde arbeitet, muss man schmutzige Fingernägel haben und die bekommen wir hier im Paradehuset. Wir können Pflanzen ausprobieren, bestimmte Farben und sehen, wie sie zusammen wirken. Manches ist toll und manches nicht. Hier in Gissefeld klappt das recht gut und für uns ist dies wie ein kleines Stück vom Paradies. In dem aber auch viel Arbeit ansteht, wenn auch nicht für jeden. Greg hat sich vorgenommen, den Blauregen zu schneiden. Im Sommer ist die beste Zeit dafür. Denn jetzt nimmt man der wüchsigen Pflanze damit Kraft fürs nächste Jahr. Sie wächst dann weniger wild, erklärt Greg. Alle unerwünschten Triebe kann man kräftig kürzen. Blühen wird sie im kommenden Frühling umso besser. Mit Garten und Gewächshaus haben sich Greg und Stig ihre eigene Welt auf dem Land geschaffen. Sie sorgt für den Ausgleich zum Schreibtischjob, der sie jetzt wieder erwartet. Beide Aufgaben erfolgreich miteinander zu verbinden, treibt die beiden an. Davor? Hut ab! Seeland ist die größte der dänischen Inseln. Im Norden liegt der Roskilde-Fjord. Die Netze hängen hauptsächlich Hobbyfischer auf, hier im Hafen von Gershöy. Nur wenig entfernt von diesem fjordnahen See ist Regelarsen zu Hause. Ein Leben im Grünen. Vor allem auch mit den Töchtern. Zeit für den Garten und seine Geheimnisse. Regge ist das alles wichtig. Schließlich soll die kleine Emily Kräuter naschen. Und irgendwann eine Lupine von einer Peonie unterscheiden können. Ich habe einige Jahre in Kopenhagen gewohnt, aber ich bin jedes Wochenende raus zu meinen Eltern gefahren, weil ich es einfach vermisst habe, hier draussen zu sein. Ich konnte meinen Mann begeistern. Wir fanden dieses Haus. Und so haben wir hier unsere Kinder bekommen. Dies war auch ein Ort, an dem ich Kinder haben wollte. Auf jeden Fall nicht in der Stadt. Um Kameli in die Tricks des Kräuteranbaus einzuweihen, pflanzt Ricke eine Ananasminze. Dabei setzt sie einen Eimer ohne Boden ein. Das sieht zwar zunächst nicht schön aus, aber Minzen wuchern stark, erklärt sie dem Mädchen. Man muss die Pflanze ein wenig im Zaum halten, sonst wandern ihre Wurzelausläufer durch den ganzen Garten. Nach ein paar Jahren sollte man die Minze teilen, wenn ihr der Platz im Ring zu klein geworden ist. Riege hat sich für ein Leben auf dem Land entschieden, um auch nah bei ihren Eltern und Freunden zu sein. Im Sommer sitzt sie am liebsten mit ihnen draußen am See hinterm Haus. Bei diesen Anlässen gelingt es ihr, mit wenigen Handgriffen viel Atmosphäre zu schaffen. Wenn noch etwas fehlt, zaudert sie nicht lange. Ein Rad ist schließlich zum Fahren da. Und ohnehin lohnt es sich immer, am anderen Ende der Straße einmal vorbeizuschauen. Denn ganz in der Nähe, in einem ehemaligen Gärtnerhaus, führt Riege ein Geschäft. Seit 13 Jahren. Heute hat sie frei. Ansonsten arbeitet sie hier Seite an Seite mit ihrer Mutter Birgide. Hallo, was gibt's? Ich hole den weißen Oregano und die Jacatier-Rose. Ich glaube, es stehen drei unten im Garten. Dann nehme ich die mit. Die Einrichtungsstücke, die die beiden anbieten, sind Unikate. Grelle Farben sucht man hier vergebens. Seit circa 15 Jahren gibt es in Dänemark diesen sehr weißen Stil, der bei uns französischer Landhausstil heisst. Aber nachdem er sich fast überall in Europa ausgebreitet hat, heisst er dort skandinavischer Landhausstil, weil wir genau gezeigt haben, wie er funktioniert. Das Dekorieren und Gestalten liegt Riege schon seit Kindertagen im Blut. Nach dem Studium arbeitete sie zunächst in einem Verlag in der Stadt. Als ich die Möglichkeit bot, in diesem Garten und Haus auch beruflich ein neues Leben zu beginnen, griff sie zu. Und ist dabei äußerst mobil geblieben. Jeden Monat fährt sie mit dem Lieferwagen bis nach Italien und Frankreich, um auf Flohmärkten und Börsen das zu finden, was ihr auch privat gut gefällt. Ein ländliches Leben und eine Arbeit, die ihr Spass macht. Diese Mischung ist für Riege perfekt. Für manche mag es etwas sonderbar klingen, aber auf dem Land zu wohnen, ist für viele ein moderner Lebensstil geworden. Wir kennen viele Leute, die auf der Suche nach einem Haus auf dem Land sind und die auch hier draußen wohnen. Es ist prima, nach Kopenhagen zum Shoppen zu fahren, aber es ist auch schön, wieder nach Hause zu kommen. In der Küche hat Riege Unterstützung bekommen. Und ihr Mann Lars setzt ihren eigenen Vorbereitungen die Krone auf. Wer hat den gemacht? Na Mama! Ja genau, Mama hat ihn gemacht. Einfach mal für zwei Stunden zusammenkommen und die Seele baumeln lassen. Gemeinsam mit der Familie und Freunden den Spätnachmittag genießen. Auf Seeland gelingt es Menschen wie Riege, ihre Träume von einem erfüllten Leben auf dem Land in die Tat umzusetzen. Umgeben von Gärten, Wasser und Wind. Jesus war immer für die Seele baumeln, mit der Seele baumeln lassen. Ich bin viele Seiten der Sünen-Riege, ihre Träume-Dates, die viele Menschen wollen. Und ich bin viele Seiten der Süssheit, die viele Menschen wollen. Die Seele baumeln wird von Gärten und Mögen. Jäumen und Mögen, die ZC platzen.